Die Datenschutzgrundverordnung stellt große Anforderungen an alle Akteure in der Medizin. Insbesondere Medizinern mit eigener Praxis hat der Gesetzgeber zahlreiche Aufgaben an die Hand gegeben. Aber was genau wie zu erledigen ist, ist im Praxisalltag schwierig zu durchschauen. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention kann mit dem DSGVO-Paket von Designery Health nun eine effektive und kostengünstige Lösung anbieten. Dominik Hübner, Geschäftsführer unseres Partners Designery Health. Viele Ärzte, die wir betreuen als Agentur für Praxismarketing, sind auf uns zugekommen und haben gefragt, was muss ich mit dem Thema DSGVO machen. Schnell haben wir festgestellt, dass es nur mit der Webseite nicht getan ist, sondern deutlich mehr gemacht werden muss. Andere DSGVO-Pakete, die auf dem Markt verfügbar sind, hatten alle keinen ganzheitlichen Lösungsansatz. Viele Checklisten und Stichworte, aber im Detail keine Antwort, was man tatsächlich machen muss. Es war immer verbunden mit zusätzlicher Recherchearbeit. Daraufhin haben wir zusammen mit der KBV sowie einem Fachanwalt für IT und Medizinrecht eine umfassende Checkliste mit Dokumenten, Formularen und Vorlagen erstellt. Mit dem Ziel, dass der Arzt die Liste Schritt für Schritt durchgehen kann, ohne irgendwelchen Zusatzaufwand zu betreiben. Ich möchte das einmal kurz an dem Beispiel Patienteninformationen zeigen. Punkt 1, Formular zur Patienteninformation ausfüllen. Punkt 2, das Formular im Wartezimmer aushängen. Die passende Vorlage liegt natürlich bei. Und das Gleiche machen Sie mit den anderen Punkten der Hauptcheckliste ebenfalls. Einfach, übersichtlich und strukturiert. Sie sehen, in unserem DSGVO-Paket ist wirklich alles drin. Hauptcheckliste, die Detailchecklisten und alle notwendigen Formulare. Und zusätzlich überprüfen wir noch kostenfrei Ihre Webseite. Sie können auf dsgvopaket.dgsp.de nähere Informationen erhalten, ob das geschnürte DSGVO-Paket unseres Partners Designery Health für Sie geeignet ist. Dort können Sie ebenfalls bestellen.